Hallo, ich habe sehr viele Anfragen auf dieses Lied gehabt, habe es auch schon einmal gesungen aus einer Hochzeit und da gibt es aber so viele, die sagen, kannst du das mal bei den Kopfhörer sonst machen? Klar! Und meine Cousine hat letztens ganz viele Videos von mir gedrückt. Carina, ich freue mich, dass es dir gefällt. Nicht nur du trinkst Kaffee, wenn du Kopfhörer sonst mache, sondern ich trinke auch Kaffee, wenn ich Kopfhörer sonst mache. Ja, so. Das sollte in dem Video eigentlich nicht passieren. Aber so ist das halt, ne? Wenn das Handy auf der Mikrowelle steht. Ungesichert. Lass das jetzt so. Ich schicke das genau so ab. Mein Kaffee? Kopfhörer, los geht's. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her birthing on the roof. Her beauty at the moonlight of the blue, yeah. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips, she broke that hallelujah. Alleluia, 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 alleluia. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe schon gesehen, 300 gefällt mir. Halleluja. Freue ich mich. Auf Arbeit hört mir ja schon keiner mehr zu. Die sagen, alle wünschen sich halt doch mal die Kusche.